Das war doch noch mal im Angebot gerade. Ich hab kurz wieder gezogen. Oh, warte, krieg ich das. Das ist auch geil. Das ist echt so. Da kriegst du mal zu tun direkt. So sieht der Pass aus, ne? Oh, das könnte was werden. Ist abseits. Da hat das Timing nicht gestimmt. Jetzt sind sie am Ball. Gutes Drehbling jetzt. Abwehr muss aufpassen. Aber der Ball ist weg. Die Gefahr damit vorüber. Schade. Richtig, Millimeter am Fuß vorbei, du. Sehr gute Technik, das war wichtig. Boah, Scheiße. Da machen sie eigentlich zu wenig aus dieser Gelegenheit. Er hat den Ball am Ende doch nicht perfekt getroffen. Wir haben im Hinterverkopf mal die Rebellen. Oh, Scheiße. Das war eine wichtige Aktion. Chance erstmal vorbei. Der Spieler ist dazwischen gegangen. Jetzt die Gelegenheit. Wir halten ganz stark. Rienz, komm. Der Ball kommt rein. Ja, ganz energisch. Ball ist raus. Ich sehe dieses komische zusammengewürfelte Stellungsspieler bei den Ecken überhaupt nicht. Das geht mir furchtbar auf den Sender. Und der Ball kommt zurück. Ach, toll. Ach, das mache ich. Sorry, Dom. Ich will mal ein schönes Tor. Ja, ja, ja. Der Pass. Oh, Gott, ey. Oh Gott, ey. Oh, Gott, inzwischen, ey. Oh, Gott, ey. Aber darf ich die Schnittmeister bitten, den Pass mit in die Highlights aufzunehmen? Da kommen nur Tore rein. Da kommen nur Tore rein. Oder Universitäten aus der Abwehr. Oder Brote. Genau. Butterbrot's König. Wie geht's dem denn jetzt eigentlich? Der war eben noch da. Ich glaube, der ist noch platt. Fünf. Weil die ja nicht alleine auf seine Kappe gingen. Aber der hat es schon nicht gesagt. Aber der hat auch extrem gehustet zwischendurch. Der war echt fertig. Schön. Jawoll. Schönes Ding. Habt ihr eine Maske angehabt eben beim Spielen? Ja. Das ist ja alle. Weil es körpernah wurde, habe ich sie angezogen. Ich hab das Mikro geklappt. Obwohl alle rein, rein quatschen. Äh, ja, so eine Scary Clown Maske hat er da an. Enge Geschichte bei diesem Elfmeter. Wir schauen auf die Wiederholung. Das sind Zentimeter, aber der Ball ist drück. Die sind schon souverän geschossen. Also das muss man dem Domi ja mal lassen. Das könnte gefährlich werden. Den Schuss kann er blocken. Gut aufgepasst. Geht dazwischen. Klasse Pass. Das kommt ja noch. Der Tor war gerade nicht gefordert. Ich hör das Tor dieser Szene nicht in der Fall. Kommt einmal ab. Aber ich bin gerade noch nicht gefordert. Also das ist das Problem mit dem Tor. Ich denke, das muss ich trotzdem ausdrucken. Auch die Linke mal gut sein. Ah! Die Flanke fängt der Ab! Ne? Der hat gut gemacht. Der hat gut gemacht. Das ist dann doch nicht vorher, aber das ist dann auch nicht. Das ist dann glaube ich. Willst du das durch den Ball? Denn die Flanke fängt da ab. Mal. was soll klasse schön Ah, da wäre jetzt Platz. Da ist Platz. Sehr schön. Schade. Ah, clever. Boah, der Theo der Assi. Ich kann euch beruhigen, das war nicht so geplant. Ui, da war ein bisschen viel. Alter, was laufe ich da noch rein? Muss laufen. Muskel freikriegen. Oh, Pech. Hast du. Jawohl. Vielen Dank für die Kniescheibe kaputt. Schön, das Ding live. Boah, der Ingo, der Assi, der wartet genau, Millimeter genau, bis der Vorteil rum ist. Bevor den Ball geht. Ja, Vorteil. Puh. Ah, Pech. Nächste Ecke jetzt. Torwart ist immer noch draußen. Naja, Torwart ist noch immer draußen. Torwart ist noch immer draußen. Der geht jetzt ganz raus. Nach der ersten Hälfte sind seine Führung. Welche Szene war für dich? Ja, das war die Chance für Oberkorn ins Tor zu dribbeln, wenn der Torwart draußen ist. Hat nur die Zeit leider nicht mehr gereicht. Oh. 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 Anstoß! Und damit läuft die zweite Hälfte dieser Partie. Was? Interessant. Jetzt haben sie den Ball wieder. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Abwehrversuch scheitert. Die Szene geht weiter. Die Ecke ist die Chance auf den Ausgleich. Ecke wird kurz ausgeführt. Sehr guter Hälter. Das wird Abschluss geben jetzt. Wieso spielt der eigentlich linkes Mittelfeld, wenn der in der Defensive so stark ist, der Pupp? Oh, da war noch einer. Für mich. Guter Vorstoß von den Wolfs. Ah. Der Reingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Schön. Ja, geht gut dazwischen. Also, wenn du so hingehst, was du so hingehst. Dreht beide vom Platz stellen. Richtig entschieden. Es gibt die Gerechtigkeit. Und die Gerechtigkeit. Und jetzt kann der nicht mehr so in die Zweifel gehen. Doch doch. Jetzt, ja. Ach, scheiße. Ich hab gedacht, du zimmerst das Ding in den langen Winkeln. Mit dem erholten Fuß. Holzfuß? Jetzt gibt's einen Einwurf. Ich schon. Cool. Oh, stark. Ist drei Mal durch. Das ist drei Mal durch. Jawoll. Ach, schade. Nein. Ja, der Boll, der gestreichelt. Ich mach die Lücke zu. Ey, der Spieler genauer. Mehr in die Mitte. Ah, scheiße. Was denn? Jawoll. Ja, der ist komplett leer gewesen, Arne. Ball ist weg. Ja. Was guckst du? Ach. Hä? Oh, what? Hey, was guckst du, ey? Ah, shit. Das sah nach einer Verwarnung aus. Keine gute Aktion. Für diese Aktion gibt's hier die gelbe Karte. Ja, das geht wohl auch in Ordnung so. Doch mal. Super-Träglich. Da sollte eigentlich Feuerschein. Was läuft's? Abseits. Alle Hebener haben, unterzulaufen. Ja, ja. Beim Laufen die Hand heben. Das Beste. Oh. Scheiße. Nein. Doch. Oh. Schade. Ich bin da. Vorne der Ball gewesen. Kann er was draus machen? Ball kommt. Wunderbar. Sehr schön. Sehr, sehr schön durchgesteckt. Oh. Da hab ich mir schon fast gedacht, ey. Die waren schon so drauf, ey. Ja, das ist ja,3. пап system. Da hab ich mir